Alles Gute zum Weihnachtsfest. Das gesamte Team von Rentenbescheid24.de wünscht Ihnen alles, alles Gute zum Weihnachtsfest. Feiern Sie bitte im Kreise Ihrer Familie ein besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest. Denken Sie aber auch bitte, das ist auch ein Herzenswunsch von mir, das sage ich auch jedes Jahr immer wieder, an diejenigen, die Sie vielleicht kennen in Ihrem Haus, Ihre Nachbarn, die keine Familien mehr haben. Klopfen Sie einfach bitte mal an die Tür und wünschen Ihren Nachbarn, Ihren Freunden auch am Telefon vielleicht auch ein schönes Weihnachten. Denn auch diese Leute wünschen sich auch vielleicht mal ein gutes Gespräch oder einfach auch mal nur das Gefühl, dass sie letzten Endes nicht so ganz allein sind zu Weihnachten. Ich wünsche Ihnen natürlich auch alles, alles Gute für die kommende Zeit nach Weihnachten für 2024, aber auch eine besinnliche Zeit. Schenken Sie sich und Ihren Familienangehörigen, Ihren Freunden eigentlich auch das Wichtigste, was Sie haben, nämlich ein bisschen Zeit und auch Gesundheit. Ich wünsche Ihnen alles Gute.